Station 10c, 11. August 2014. Sehr geehrter Herr Dr. May, was soll ich nun tun? Raten Sie mir doch einmal bitte. Zurückholen geht nicht, wie uns die Überlieferung klar macht. Selbst wenn ich nun widerrufen würde, nein, Antibiotika fördern nicht die Krebsentstehung. Den Beweis, dass wir es doch tun und also für hunderte von Millionen qualvoll gestorbener Menschen verantwortlich sind, bekomme ich nicht mehr weg. Nun soll ich also büßen bis an mein Lebensende, so wird mir jedenfalls suggeriert, von den mir entsetzlich dumm erscheinenden Damen und Herren meiner kleinen Welt. Damit, mit diesen Weltherrschern, meine ich gewiss nicht ihre Mitarbeiter auf der Station. Das verhält sich für überall im KMV. Vereinzelt hat mal jemand schlechte Laune. Hin und wieder findet sich der eine oder andere Prüchung hart. Eine gewisse Häufung mit drei Psychopathen unter vielleicht drei Dutzend Schwestern und Pflegern ist für die Station 8b zu konstatieren. Nein, nein, die Herren der Abartigkeit sind solche schwer gestörten Persönlichkeiten wie Sie oder Oberärztin Lang und Chefärztin Stahn. Den emporgekommenen, löffelweisen Verwaltungsfachangestellten, der hier den Direktor gibt, muss man diesbezüglich wohl als Projektion des durchgeknallten Gehirnprinzips verstehen. Und Sie sind sich sicher, nicht wahr? Völlig unbeleckt von auch nur oberflächlicher Naturwissenschaftler Reflektionsmöglichkeit haben Sie die Welt verstanden, wie ein Hund die Wurst um die Ecke spürt und anschließend in dieselbe kackt. Mit freundlichen Grüßen. Johannes Ullmann. Ende.